Ähm... Hey... Ball... Oh, was? Bay... 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 Colise? Ähm... Hier oben liegt ne Magnum, ich bin aber voll... Ich habe AK, AR und Shotgun, Wildstyle, zu verkaufen. Ah... Ja! LOL! Du bist grad voll in den Boden gebackt! Das sind Beute, ne? Ja, hab ich gesehen. Hab ich. Okay. Also, der Jeep hat keine Uwe. Das wäre nämlich J. Äh... Michon, kommst du? Ich loote grad noch die Autos hier. Ja, meistens ist nichts drinne. Ich hab nur Club Metal rausgeholt. Oh, ich bin Tyrant. Äh... Ja... Dann fahr ich mal kurz das kleine Stück hier zurück. Ja, ich kann zu Fuß gehen. Ja, er ist ja eh da, ne? Ja, lad doch jetzt nach, du. Komm, du. Alter! Kann man denn so oft daneben schießen? Wo ist denn hier ein Bett? Herr Schalt! Ja, da in dem Ding drinnen. Ja. Ja. Das bring ich mal kurz. Es ist eigentlich schade, dass sie das Rezept für den Grünen deaktiviert haben. Weil, äh, das hab ich immer gebaut, wenn ich, äh, auf meiner, äh, Ground Foundation, äh, 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 Felder hatte, weißt du? Da hab ich das immer dann als Lager genommen. Oh! 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 Oh, hier ist ja gut. Oh, da ist jetzt Zombie-Party. Jetzt hätte ich gern Brandpfeile. Haha! Aber... Kannst du ja auch mit deinen, äh, Shotgun-Patronen, äh, Explosionspfeile machen. Bäh! Kommen sie renn, kommen sie renn. Kommen sie renn. Kommen sie renn. Junge Mann, sie da helfen, kommen sie auch endlich mal vom Piss-Bot. Hier ist ganz schön action hier vorne. Hier müsstest du mal mit der, mit der Dings durchrushen. Hier können wir ein bisschen lupen. Ja, äh, wenn der Herr mal kommen würde. Ich komm schon. Dann komm doch einfach vor und lass den hinterherlaufen. Äh, du solltest übrigens mal kommen. Langsam. Aber keiner hört den anderen zu hier. Oder? Der eine sagt, ich mute mich mal kurz. Kochnix regelt. Ja, wenn der Junge mal mal kommen würde. Kochnix sagt dann, ja, ich warte auf den und dann... Fahr doch dann mal durch. Oh! Oh! Hallo, Freunde! Ein paar Polizisten im Auto. Das ist ein Mannschaftswagen jetzt. Will ich noch eine Schrotze, falls jemand Bedarf hat? Oh, Leute! Natürlich gerade genau in dem Moment weggerannt. Alter! Ja. Sag mal, hast du gerade, äh, einen Spawnpunkt gefunden? Keine Ahnung. Kann gut sein. Da kommen immer mehr. Ja, guck, da unten steht eine Basis. Deshalb, die kommen ja aus dem ganzen Umkreis. Da, da, da liegt übrigens noch eine Schrotze, falls jemand noch einstecken möchte. Ich kann gerade nicht. Ich hab die Taschen voll. Ich bin voll. Nein! Lass das, du fuck-zombie! Schaut auf damit! Irgendwie war aber gleich eine ganze Schirr... Lass es. Äh, Abralox auf jeden Fall. Es könnte dann aber sein, dass ich dann eventuell schon noch Seven Days to Die gewechselt bin. Aber da sein werde ich auf jeden Fall noch. Kann ich jemanden einstecken und, ähm, ins Auto lagern oder so? Er schadet gut zu lassen. Äh, Romjax, ich wechsle jetzt auf die drei und dann kannst du deinen Trick einlagern. Gut. Okay, da ballert einer. Ja, gleich mal Lock drücken, ne? Hinter dir, Eva! Nein! Leck mich doch! Ich muss heute bluten, ich seh das schon. Ja, wenn nicht du, wer sonst? Äh, so, du kannst jetzt denn... Ich steig jetzt aus, dann kannst du auf den Fahrersitz wieder wechseln. Ja, klar. Steuerung 1, und was macht er? Er ruft den scheiß, äh, Windows, äh, Media Player auf. Hier liegen zwei Schrotzen. Ja, hab ich ja gesagt. Okay. Ich hab, ich hab nur Hätschel, ich hab Hätschelzeuge und alles so immer in meinem Rucksack. Ich kann nicht mehr. Ich krieg nicht immer meine Magnum in den Rucksack gesteckt. Also eine hab ich auf jeden Fall. Ja, dann steig kurz eine, dann nehm ich die. Hier hinten? Ja, hier vorne. Im Moment, die hat er eingesteckt, dann ist sie, hier hinten ist die andere. Okay. Gut, dass ich immer so viele Bandagen dabei habe. Ach, du bist immer noch auf Platz 1. Ach, ich? Oh, okay. Oh, dann müssten wir eigentlich mal kurz an der Kirche ran, weil ich brauch noch eine Gasmaske. Jawohl. Und an die Dings ran, Feuerwehr. Jawohl. Ich muss dann gleich mal ins Auto mich mal kurz entladen. Jawohl, dann bleib du drin und ich gucke nach den Dings. Und Romia kann ja mitkommen. Wollte ich gerade sagen, dann gehe ich auch mal ne Runde looten. Ich muss auf jeden Fall gleich mal futtern, sehe ich gerade. Hab ich auch gerade. Oh, ne Magnum. Oh, ne Nachtsicht. Nacktsicht, äh, Nacktsicht habe ich ja. Ach ja, dann komm her, du Arschlochzombie. Kriegst du hier, achst den Kopf. Zack. Bäm, bäm. Auf der Plattform oben ist einer. Vorsicht, wa? Er hat zwar gegrüßt, ich habe zurückgegrüßt, also. Radio, Map, Hatchet, Hatchet packe ich ein. Er guckt durchs Fernblas, ich guck durchs Fernblas. Ja, beobachtet euch. Kann nicht beobachten. I know what you did last summer. Wie war die Nachtsicht mit welcher Taste? G wie Nachtsicht. G wie Nachtsicht, aha. Hier draußen liegt noch ein Metal Speed im Auto. Leute, wo hab ich denn mal ne Trinkflaschen hingetan? Kannst nicht einpacken. Sitze im Auto. Oh, ich hab wahrscheinlich die Trinkflasche ins Auto geklatscht. Hölle, ich hab eine Feuerwehraxt. Ja, wir brauchen mehr Äxte. Ich wollte bloß sagen, und hier oben ist noch eine Dings. Wenn du mal kurz rüberrutschst, dann rutsch ich auf Lärm. Ja, dann drück aber gleich L, ne? Ich schon. Und jetzt hast du eine Gasmaske gefunden? Ich bin noch nicht ganz durch. Ich gucke gerade noch. Bisher habe ich noch keine gefunden. Oh, weiße Sneaker. Musst du auf jeden Fall mitnehmen. So, letzte Mauer. Boah. Ich ja noch weniger als so. So creepy hier. An der Krypta. Essen habe ich mal eingepackt. Oh ja, ne zu trinken Flasche sehr gut. Creepy, creepy, creepy. Ja, okay, dann müssen wir halt mal bei den Ehen, äh, Haus anhalten. Lauter Radios, die hier rumstehen. Ja, die Radios sind echt total übertrieben. Hier liegt noch ne Pleasant Map, falls noch jemand braucht. Ja, bei mir lag auch eine. Ach, denn ich habe zu Hause noch irgendwie vier oder fünf Stück in der einen Kiste drinnen. Ich habe jetzt auf jeden Fall einige kleine Hedges eingepackt. Aber hier ist keine Nachtsicht, äh, keine Gasmaske. Gasmaske, ja, die ist wahrscheinlich in dem Wohnhaus drinnen. Da, wo das Rondell ist, weißt du. Da mehr rüber. Ui. Ach, da oben steht ne Base, krass. Ja, und auf der Base ist einer drauf. Ja, und da hinten läuft einer rum. Ein Zombie ist gerade, ey, das war grad geil. Läuft gerade ganz schnell, ne? Also wenn du fertig bist, kannst du wieder wechseln. Steuerung 1, 2 oder so. Seid ihr drin? Ich bin drin noch. Ich ja. Ja, alle da. Oh, Moment. Feuerwehrachs noch einlagern. Ach, geht gar nicht. Aber jetzt. Notfalls mal irgendwo, wo eine Furniss ist, äh, in Bogen fällen, die ganzen Hedges hineinschmeißen, einschmelzen, fertig. Wir sind ja eh gleich zu Hause, von daher. Richtig. Wenn wir noch ein zweites Auto finden würden, das wäre Premium. Ja. Da bin ich da glaube ich erst dran, wenn Jesus mit dem Arsch wackelt. Wollten die nicht mal, äh, in den Bus einführen? Eigentlich ja, da war ein Spieler. Ja, egal, ob da ein Spieler ist. Wer soll mal schön Spaß haben mit den Zombies? Also ich hab grad was überfahren, was ich nicht gesehen habe. Autos. Links ist Auto. Wie jetzt, warte, warte, Moment. Rechts meinte ich war Auto, wo du gegen gefahren bist. Da fahren einige Autos, ja. Ja, weil vor uns eigentlich auch welche stehen, aber ich seh da grad keiner. Da ist noch einer. Und da kommt noch eins. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts fahren, weiter rechts fahren, ja. Und jetzt wieder links. Jetzt links. Und jetzt geradeaus. Jetzt einfach eine Straße entlang. Sehen die nämlich grad nicht, ne? Die Zombies die da sind, hab ich auch grad nicht gesehen. Da rein. Äh, genau. Steffeldraht. Dann sollte einer von euch mal meinen Platz übernehmen. Ich muss Reloppen. Haben sie Spikes hingemacht, die Säcke? Kommst du nicht mehr mit dem Auto rein? Ja, das ist doch, das ist nicht so schlimm. Eigentlich gar nicht so verkehrt, weil hier, wenn die Zombies auffloppen, alle da, äh, reinrennen. Ja, ich denke mal nächste Woche Mittwoch ungefähr wird der nächste große Patch kommen bestimmt. Hier liegt noch ne Feuerwehraxt, falls noch jemand eine mitnehmen kann, möchte. Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich wieder drinnen. Tja, hier rennt grad einer lang. Hier liegt auch noch einen rum. Alien, ate my brain. Oh, ups. Nee. Ihr habt... Eat my brain. Bei Excellin ja auf jeden Fall noch. Ah, hier, der, der Adrios ist hier. Mhm. Ach, das ist doch der drinnen. Ein Backpack. Du kannst höchstens bis morgens warten, dass es respawnt. Oh, ich höre gerade was komische Geräusche. Sag mal, äh, kloppt da gerade was auf dem Auto drauf? Nein, ich bin grad Zombiesplatzplatz. Adrios, hast du schon einen Kompass? Ähm, nein, ich hab gerade keinen. Ren in die Feuerwehr. Komm mal, komm mal hier in die Feuerwehr rein. Ja, ich habe, äh, ich habe. Zu mir. Ich habe Kompass. Und hier in die im nächsten Schränkchen. Super, danke. Bitte. Achse liegt hier auch noch, ne? Eine Feuerwehrachse auf dem Schreibtisch. Da drin liegen auch nur zwei. Feuerwehrachse, okay. Mach ich. Da kann ich mich nicht mitnehmen. Dann haben wir jetzt hier drei Stück. Boah, ey, es kommt immer mehr Zombies. Oder? Ne. Hallo? Nö. Doch, doch ein wenig. Ähm, und... Ah, ich bin jetzt Gruppen wieder, alles klar. Ja, ich bin rausgeflogen. Ich muss mich einladen. Sehr schön. Ja, ich habe leider keinen Platz, ne? Kannst du keine, keine Axt noch in Dings nehmen? Ich habe ja, ich habe ja noch eine. Ich habe jetzt zwei Äxte. Einmal im Slot und einmal im Backpack. Wollt ihr rein? Okay. Ist offen jetzt. Ich gehe auf den dritten Sitz. Locked. Komm rein. Ja, ich musste so ein bisschen hinterher fahren, weil da sind richtig viele Zombies gewesen, die es aufs Auto abgesehen hatten. Ja, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ja doch, bleib doch mal schmeidig. Also, ja, hier in, 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 in der Nähe von Pleasantville, äh, seine, seine, seine kleine Hedschel aufgebaut, ohne, ohne das, ohne das, ohne ein bisschen Absicherung mutig. Ja. Ich weiß doch, unsere kleine Hedschel oben am, am Hügel. Ja. 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 Der Jump war auch gerade mutig. gerade so aussetzt, hätte da ein Auto auf dem Dach gestanden, aber, vom Wundwagen, aber das geht ja nicht. Oh, la 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 la. Ah, ah. So, wir haben jetzt, äh, äh, äh. Sönenaufgang, möchte nicht einer krähen? Kann ich nicht, ich konnte das früher mal besser. Die Goldmarie ist wieder hier. Und als nächstes würde ich dann vorschlagen, dass wir dann eine Turm machen, um Scrap mit dem Kram zu fangen. Machen wir doch schon die ganze Zeit. Ja, so viel haben wir jetzt nicht gerade. Hallo, hast du mal da reingeguckt, was wir angeschleppt haben? Alter, ich glaube, ich schieße den gleich. Ja, Alter, habe ich. Kann ja aber immer sein, Alter. Ach ja, die Feuerwehr-Axe sollte ich da mit reinmachen. Boah, voll Durability-Sneakers in weiß. Geil. Geil. Das Wandern ist des Müllers Frust, das Wandern. Beim Wandern kriegt der Müller Lust. Dann schnappt er sich die Nixblöste und zieht sie ins Gebäsch. Knattert und knattert und knattert er. Ah ja, egal. Wir wollen jetzt mal nicht so ins Detail gehen. Ja. Tralalalala, so. Dann werde ich das ganze Miet mal in den Dingen schmeißen.